Mahlzeit! Es ist endlich Mahlzeit! Willkommen auf Fugos Hobbies! Heute bekommt der IS2M44 endlich seine Grundierung und auch seine Tarmbemalung. Deswegen habe ich auch heute diese sexy Kluft an, meinen Malkittel. Spätestens jetzt, wenn man anfängt zu malen, sollte man sich auch ein bisschen seine Kleidung schützen. Beim Kleben kann man das natürlich auch schon machen. Mache ich meistens auch, aber da ist es noch nicht so zwingend erforderlich, deswegen gehe ich da erst jetzt in diesem Tutorial drauf ein. Gut, dann wollen wir uns mal an den Basteltisch hocken und loslegen. Kommt mit! Da haben wir unseren kleinen Schlumpf, der gleich ein bisschen Farbe auf die Wanne kriegen soll und auf den Turm. Aber bevor ich damit loslege, erstmal mal ganz kurz ein ganz kleines bisschen Theorie. Welchen Sinn und Zweck hat überhaupt eine Grundierung und womit macht man das? Sinn und Zweck des Ganzen ist es, dem Modell erstmal eine einheitliche Grundfarbe zu geben. Häufig hat man einen, also bei teureren Modellen zum Beispiel, hat man häufig einen Materialmix. Man hat da Photo-Edge-Teile dabei oder man hat auch manchmal auch einfach nur unterschiedliche Kunststofffarben. Das hat man bei Modellen von PST zum Beispiel sehr oft. Oder es sind Resin-Teile dabei. Auf jeden Fall hat man da verschiedene Farben, die erstmal vereinheitlicht werden wollen. Erst recht, wenn man das mit einer Airbrush grundiert, bemalt das Modell später meine ich, dann können diese unterschiedlichen Farben schon durchaus durchschimmern, weil man dem halt nicht vorher einen einheitlichen Grundanstrich gibt. Außerdem erkennt man so relativ gut die Fehler, sofern man welche gemacht hat. Da kann man dann vielleicht nochmal schnell nachspachteln, bevor man die eigentliche Farbe drauf hat. Zudem dient eine richtige Grundierung auch einem besseren Haftgrund für die spätere Farbe. Und als Farben nimmt man für die Grundierung meistens hellgrau, manchmal auch weiß oder schwarz. Je nachdem, was für ein Finish das Modell hinterher haben soll, ob es eher dunkle oder hell aussehen soll. Meistens sieht man eher so eine hellgraue Grundierung. Machen tut man das zum Beispiel, indem man einen Primer Spray benutzt, also Primer gleich Grundierung. Einfach in so einer Sprühdose, rüber sprühen und fertig. Alternativ gibt es das natürlich auch als Farbe, die man entweder mit dem Pinsel oder mit der Airbrush auftragen kann. Ich selbst muss jetzt dazu sagen, ich habe noch nie ein Modell auf dieser Art grundiert. Außer wenn es weiß werden sollte, weil weiß deckt nun mal sehr schlecht. Egal, was man da für eine Farbe nimmt. Erst recht, wenn man da ein sehr dunkles Modell hat, also sehr dunklen Kunststoff, dann schimmert das viel zu sehr durch, dann braucht man da viel zu viel, weiß drüber und dann ist da so ein dicker Farbklecks hinterher auf dem Modell, dass man die Details kaum noch erkennt. Deswegen weiße Modelle habe ich schon hellgrau grundiert, allerdings einfach mit ganz normaler hellgrauer Farbe, ohne jetzt speziellen Primer oder sowas dafür zu besorgen. Werde ich demnach also auch hier nicht tun. Dieses Modell wird jetzt direkt in grün grundiert. Also dem, was halt die Grundfarbe des Fahrzeugs ist. Ja. Also wenn ich von Grundierung spreche, dann meine ich damit halt das Auftragen der Grundfarbe des Modells. Und auch da ist das Ganze schon wieder eine Wissenschaft. Bei den Russen ist das jetzt das bekannte Russian Green, russisch-Grün, offiziell als 4BO bezeichnet. Da gibt es manche Leute, die gehen so weit, dass sie sich chemische Analysen der Originalfarben angucken, um auch genau herauszufinden, woraus sie zusammengesetzt war und die exakt nachbilden zu können. Da gibt es aber auch wieder ganz andere Theorien zu. Da habe ich mir vor langer, langer, langer Zeit ganz am Anfang mal dieses Heftchen gekauft. Im Grunde ist es eine Werbebroschüre der Firma Model Master. Da findet man hier die sogenannte Scale Color Theory. Wo es dann heißt, je nachdem, was man für einen Maßstab hat, sollte man seine Farbe, seine Grundfarbe oder alle Farben, die man auf das Modell aufbringt, mehr oder weniger stark mit Weiß aufhellen. Weil bei kleinen Modellen so eine Farbe viel dunkler wirkt, dieselbe Farbe, als auf einem großen Modell. Auch das ignoriere ich, das ist mir viel zu extrem. Also es soll einfach nur schön aussehen. Das ist der ganze Anspruch, den ich habe. Und ich glaube, das kriege ich auch einigermaßen hin. Ja, idealerweise grundiert man so Modellen mit Airbrush, wie ich das bei dem hier gemacht habe. Da sieht man echt die allerfeinsten Details hinterher noch. Das kann man wunderbar alles erkennen. Muss ich, wie gesagt, noch ein bisschen üben. Airbrush kommt irgendwann mal später auf meinem Kanal. Da bin ich selbst noch nicht ganz zufrieden mit meinen Ergebnissen. Grundierung geht jetzt. Werde ich in Zukunft auch bei allen meinen Modellen so machen. Außer bei dem jetzt hier im Tutorial. Das mache ich noch ganz klassisch mit dem Pinsel. Hier haben wir zum Beispiel einen, der ist jetzt einen ganz kleinen Ticken über das Stadium der Grundierung hinaus. Da ist schon noch ein bisschen Varianz in die Farbe gemischt. Aber im Grunde hat er noch seine Grundfarbe und die ist mit dem Pinsel aufgetragen. Also wer jetzt sagt, Pinsel ist nicht so gut, da sieht man ja jeden Pinselstrich. Das wird viel zu dick und man erkennt die Details nicht mehr. Naja. Kann ich jetzt so nicht unterschreiben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Zerreißt mich mit eurer Kritik, wenn es euch Spaß macht. Aber ich sehe davon nichts, muss ich sagen. Klar sieht es hier feiner aus. Das liegt aber auch an der Gussqualität des Modells an sich. Das ist jetzt ein PST-Modell. Das ist nicht so hochgradig von der Gussqualität her, wie jetzt dieses Modell von S-Modell. Aber Pinselstriche sehe ich jetzt hier bei dem auch kein bisschen. Trotzdem, in Zukunft wird es bei mir immer Airbrush sein, weil das einfach der optimale Weg ist. Aber da muss man sich nicht gleich am Anfang, wenn man mit dem Hobby erst anfängt, sich so ein scheiß teures Gerät besorgen. Ich mache das Hobby seit fast 20 Jahren und habe jetzt das erste Mal eine Airbrush mir geleistet und die mir sogar schenken lassen, um ehrlich zu sein. Ja, wie soll jetzt unser kleiner aussehen? Dazu blende ich euch gleich mal ein Bild ein. Mit freundlicher Genehmigung von Oliver von der Internetseite o5m6.de. Die werde ich euch auch unten verlinken. Der Oliver ist jemand, der früher selbst Modellbauer war und mittlerweile nur noch mit Computerprogrammen absolut hervorragende Farbprofile erstellt. Da gibt es auch einen sehr interessanten Link auf seiner Seite zu russischen Tarnmustern. Die meisten denken jetzt, Russen hatten das klassische Grün. Stimmt nicht ganz. Es gab durchaus Tarnmuster auch in Russland des 2. Weltkriegs. In der Sowjetunion halt. Und ähm... Ja, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich verlinke euch das, wie gesagt. Und dieser IS-2M44 wird jetzt getreu der Vorlage, die ich euch gleich einblenden werde oder schon eingeblendet habe. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das jetzt schneide. Getreu der Vorlage eines IS-2M43 bemalt. Für den M44 konnte ich jetzt keinen Beleg finden, dass die überhaupt ein Tarnmuster hatten während des 2. Weltkriegs. Aber mein Gott, was soll's. Da kann man ein bisschen die Fantasie spielen lassen. Mir gefällt das einfach sehr gut. Und gerade jetzt für ein Tutorial muss es ja nicht dieses, in Anführungsstrichen, langweilige Grün sein. Ich find's nicht langweilig. Ich find's schön. Man kann's auch immer ein bisschen variieren. Aber da möchte man vielleicht auch mal sehen, wie klappt das mit so'n Tarnmuster und so weiter, damit ich das auch nochmal erklären kann. Kurz zu den Farben. Ich könnte jetzt natürlich, wie in meinem Einsteiger-Tutorial, einsteigen mit unter 30€, auf solche E-Mail-Farben von Revell zurückgreifen. Werde ich hier aber nicht. Ich grundiere meine Modelle seit langer Zeit immer nur noch mit Acrylfarben. In dem Fall von Tamiya. Das ist jetzt mein selbstgemischtes Grün. Dazu gleich. Also die Grundfarbe und auch das Tarnmuster wird immer mit entsprechenden Tamiya-Farben aufgetragen. Aufgrund der später noch folgenden Alterungsschritte. Da hätte ich Probleme, wenn ich das mit E-Mail-Farben machen würde. Deswegen muss ich hier jetzt Acrylfarben nehmen. Mag ich auch viel mehr von der Verwendung her mittlerweile. Also einsteigern sei ja auch dringend dazu geraten. Wenn ihr bei dem Tutorial weiter am Ball bleiben wollt, könnt ihr es ja gerne als Anleitung nehmen, selbst so ein Modell zu bauen, Schritt für Schritt. Dann braucht ihr da halt auch Acrylfarben für, sonst klappt das mit den späteren Alterungsschritten nicht mehr. Kurz zu meinem Grün. Das ist meine Interpretation des 4BO, des Russian Green. Ich notiere mir solche Farbmischungen immer mit so einem kleinen Zettelchen, damit ich die auch reproduzieren kann. Klar ist die Reproduktion hier 100%ig. Aber sie ist mir genau genug. Wie gesagt, so ein bisschen Variation in dem Grün ist ja auch nicht verkehrt. Und das ist auch eine Sache, die ich an den Tamiya-Farben sehr mag, wenn da so ein Pott leer ist. Das hier war mal ein Schwarz, wie man am Deckel unschwer erkennen kann. Dann kann man die wunderbar ausspülen und zum Aufheben und Mischen eigener Farben benutzen. So, genug gelabert. Jetzt wird endlich losgelegt. Ja, was brauchen wir jetzt zum Grundieren? Natürlich die Farbe. Dann brauchen wir Wasser, später um den Pinsel auszuwaschen. Gegebenenfalls um die Farbe zu verdünnen, aber das wird wohl nicht nötig sein. Auch das mache ich eigentlich nie. Auch das klappt immer problemlos, ohne dass die Details irgendwie verschwinden oder so. Dann brauchen wir Pinsel. Für die Grundierung benutze ich jetzt erstmal so einen relativ groben hier. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, was der für eine Größe hat. Steht leider nicht dran. Der hat auf jeden Fall einen Durchmesser von 5mm hier vorne am Kopf. Wichtig ist, dass ihr keinen Borstenpinsel nehmt, sondern einen weichen Haarpinsel. Und da ist es auch noch wichtig, je nachdem mit was ihr jetzt grundieren wollt, wenn ihr jetzt doch Emilefarben nehmen wollt, die mit Lösungsmitteln ausgewaschen werden müssen, Dann ist das natürlich besonders kritisch. Manche Haare neigen dazu, sich aufzulösen bei Lösungsmittelkontakt. Fragt da im Zweifel einfach mal bei dem Händler, wo ihr den Pinsel kauft. Dann brauchen wir noch Zahnstocher zum Umrühren der Farbe und ein Taschentuch. Später, wenn wir den Pinsel auswaschen, schüttel ich die Farbe immer erst. Dann sieht man hier, die Farbe ist jetzt noch ein bisschen schlierig, da ist es dann nicht ganz so gut durchmischt. Ist aber jetzt eigentlich relativ egal, es wird dann ja auf dem Modell auch miteinander gemischt und verstrichen. Macht euch da also keine Sorgen, wenn das nicht so hundertprozentig aussieht. Selbst nach dem Umrühren hat man es manchmal. Manchmal sind es auch bloß Lichtreflexe auf der Farboberfläche. Musikalische Untermalung durch die Nachbarn. Und wenn das so vom Zahnstocher tropft, dann hat die Farbe die richtige Konsistenz. Genauso übrigens auch bei Emalfarben. Die fühlen sich allgemein ein bisschen dicker an. Aber auch da, wenn das so von selbst vom Zahnstocher runter tropft, dann sind die eigentlich gut genug durchmischt und haben die richtige Konsistenz, um aufgetragen zu werden. Wie gesagt, ich mache das unverdünnt. Hatte ich auch bisher noch nie Probleme mit. So. Dann trage ich die Farbe so auf. Mit dem Pinsel ein bisschen mehr tupfend als streichend, je nachdem. Vor allem halt so umso kleiner Details mache ich das mehr tupfend. Da sie unverdünnt ist, brauche ich auch normalerweise nur einen Anstrich, um das Modell zu grundieren. Wenn es erstmal noch so ein bisschen dick aussieht um die Details, wie jetzt hier die Schaufel und so, macht euch da keine Sorgen. Gerade Acrylfarben, die verlieren noch so viel an Feuchtigkeit und ziehen sich so um die Details drum rum, dass sie nach dem Trocknen wunderbar zu erkennen sind die Details. Auch hier um die Fahrerluke alles so ein bisschen tupfend auftragen. Zu den Trocknungszeiten übrigens noch. Auch das ist ein Vorteil, den Acrylfarben haben. Da kann man nach einer knappen Stunde manchmal sogar schon eher direkt wieder drüber streichen. Je nachdem wie dick auch der Farbauftrag war. Bei einer Airbrush kann man quasi sofort nach dem Auftrag weitermalen. Bei Emilefarben braucht man schon erheblich mehr Trockenzeit. Bis die Farbe wirklich trocken genug ist, um die nächsten Schichten zu verkraften. Da sollte man schon einige Stunden warten. Vielleicht einen halben Tag. Spätestens nach einem ganzen Tag ist das aber kein Problem mehr. Auch ein Grund noch, warum Acrylfarben für die spätere Alterung wichtig sind. Wenn so eine Acrylfarbe einmal getrocknet ist, dann löst sie sich auch nicht mehr. Auch nicht, obwohl die Farbe auf Wasserbasis ist, wenn man da mit Wasser dran geht. Das heißt, wir könnten die in Acrylfarbe grundieren. Warten bis das ausgeärtet ist, also bis es wirklich trocken ist. Da sollte man vielleicht auch besser den ganzen Tag warten. Dann könnten wir das ganze Modell ins Wasser schmeißen und die Farbe würde sich nicht im geringsten lösen. Anders bei Emilefarben. Die sind halt auf Lösungsmittelbasis. Auf sowas wie Terpentin zum Beispiel. Und selbst wenn die komplett ausgehärtet sind und man da mit Lösungsmitteln reingeht, dann löst sich die Farbe wieder. Und das ist ein Effekt, den wir uns später bei der Alterung zum Teil auch zunutze machen werden. Aber das sehen wir dann in den kommenden Tutorials. Ich male jetzt hier erstmal weiter. Und zeige euch dann das Modell, wenn das soweit getrocknet ist. Und wir die Grundfarbe drauf haben. Jetzt ist alles soweit grundiert. Man sieht jetzt hier noch einige Lücken quasi in der Grundierung, vor allem ja an der Unterwanne. Das sind viele Streifen, wo die Farbe vom Pinsel beim Auftragen der Farbe wieder abgestriffen wurde. Das glänzt auch noch sehr feucht. Hier die Oberwanne ist schon fast trocken. Insgesamt hat mich das jetzt eine knappe halbe Stunde gekostet, das Modell zu grundieren. Und wenn die Farbe schon so ein bisschen angezogen hat, dann kann man diese Stellen auch wunderbar ausbessern. Einfach nochmal vorsichtig, wie gesagt vor allem mehr tupfend als streichend, über diese ganzen Stellen rüber gehen, wo die Farbe nicht richtig beim ersten Mal gesessen hat. Wenn man das macht, wenn die Farbe noch so feucht ist, wie hier in dem Bereich, dann hat man das Problem, dass man diesen Effekt noch verstärkt, weil man halt die feuchte Farbe mit dem Pinsel wieder aufnimmt und sozusagen vom Modell runterreibt, selbst wenn man einen weichen Haarpinsel benutzt. Deswegen erst ein bisschen anziehen lassen und dann diese Stellen auskorrigieren, nachkorrigieren. Gut. Dann korrigiere ich jetzt hier noch eben die Fehler. Lässt das Ganze trocknen. Und während des Trocknen nutze ich die Zeit, um schon mal mit den Ketten anzufangen. Das sehen wir dann aber im nächsten Tutorial, wie ich die bemale. Und sobald hier alles an Grundierung getrocknet ist, sehen wir uns in diesem Tutorial noch bei der Tarnbemalung wieder. Kurz noch zum Auswaschen des Pinsels. Mit warmem Wasser hat man natürlich eine bessere Löslichkeit. Ich mache das immer so, dass ich den Pinsel hier so dran drücke. Ich weiß nicht, ob man das richtig erkennt. Und dann so drehe. Das ist mit Sicherheit nicht die schonendste Methode, den Pinsel sauber zu machen. Aber andernfalls hat man halt hier vor allem am Anfang des Pinsels direkt darauf die Haare ansetzen. So ein immer dicker werdender Farbfropf drin, wenn man das nicht da speziell an dieser Stelle besonders stark auswäscht. Und dann ist einfach der ganze Pinsel steif und man kann den nicht mehr benutzen. Wie man sieht, da kommt keine Farbe mehr raus. So soll es sein. Pinsel ausgewaschen. So, ein bisschen glänzt es hier und da noch. Vor allem so an den tiefen Stellen hier und hier hinten. Aber wir können das Modell schon so weit anpacken. Ohne dass wir Fingerflecken drauf machen. Das bedeutet, jetzt kann ich schon mal mit dem Tarnmuster anfangen. Dafür setze ich das Modell auch wieder grob zusammen. Der Turm ist jetzt erstmal lose aufgesetzt. Aber das Tarnmuster geht ja, wie man in der Darstellung sehen konnte, in der Abbildung von Oliver, geht das ja auch fließend von Turm in Wanne über. Das heißt, zur Tarnbemalung sollte es auch zusammengesetzt sein. Beginnen tue ich mit dem helleren Ton. XF60 ist das in dem Fall. Da ist bereits gekanntes Spiel. Einmal kräftig schütteln. Umrühren. Da merkt man, da hat sich am Boden noch einiges festgebappt, dass es noch nicht richtig durchmischt. Also ein bisschen mehr mit dem Zahnstacher rühren. Konsistenz prüfen. Kropft, sieht wunderbar aus. Und dann hoffe ich jetzt mal, dass dieses relativ helle Sandfarben auf einem recht dunklen Grün auch vernünftig deckt. Normalerweise macht man das eher andersrum, dass man mit dunklen Farben auf hellen Farben malt. Aber das werde ich schon irgendwie hinkriegen. Und wichtig dabei natürlich auch, dass man immer wieder mit seinem Referenzmaterial vergleicht. In dem Fall habe ich jetzt hier die Abbildung von Oliver auf meinem Handy. Sonst hätte ich es vielleicht auf dem Computerbildschirm, aber den habe ich gerade nicht vor mir. Oder ein Buch. Denn bei Tarnmustern finde ich persönlich es relativ schwierig, die realistisch hinzukriegen. Es sei denn, man hat wirklich gutes Referenzmaterial und malt dann quasi direkt danach. Da die Streifen, wie man gesehen hat, relativ schmal sind, benutze ich dafür einen Nullerpinsel. Also deutlich dünner als der, den ich für die Grundierung benutzt habe. Aber jetzt auch nichts mega feines. Auch hier benutze ich die Farbe direkt wieder unverdünnt. Ich versuche mir für den Anfang markante Punkte, hier vorne zum Beispiel das Ende der Blende. Ich versuche dann relativ fein das Tarnmuster aufzumalen. Bei Tarnmustern gibt es verschiedene Möglichkeiten, die aufzutragen. Zum einen kann man sich das Modell maskieren mit Maskierklebeband oder mit einer Maskiermoduliermasse. Also indem man alles quasi, was keine Farbe abkriegen soll, abdeckt. Das bietet sich besonders an, wenn man auch die Tarnfarbe aufsprühen möchte mit einer Airbrush. Wenn man das mit einem Pinsel macht, kann man das natürlich auch abkleben. Oder auch eben frei Hand machen, so wie ich das hier gerade tue. Ich habe das bisher immer frei Hand gemacht. Grundsätzlich gibt es auch nochmal zwei verschiedene Arten, wie das im Vorbild aufgetragen wurde, die Farbe. Und zwar einmal, ebenso wie ich das gerade tue, mit einem Pinsel. Dann hat man einen scharfen Übergang zwischen der Tarnfarbe und der Grundierung. Oder aber eben auch mit einer Sprühflasche oder ähnlichem, dass die Farbe aufgesprüht wurde auf das Modell zur Tarnung. Und dann hat man in der Regel einen Weichenübergang. Es sei denn, da wurden im Original halt auch Masken benutzt. Bei den Russen ist allerdings meistens alles per Hand aufgepinselt gewesen, wenn man sich die Archivbilder so anguckt. Da sind meistens die Farbübergänge recht scharfkantig, recht deutlich zu sehen. Den Handgriff spare ich mal aus. Hier beim Bemalen, das wäre ein bisschen alberne hinter dem Original vermutlich auch niemand angemalt. Dann mache ich jetzt mit der ersten Farbe einmal das ganze Modell. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das aufgetragen ist. So, die erste Tarnfarbe ist jetzt soweit aufgetragen. Das lasse ich jetzt erstmal durchtrocknen in Ruhe, damit ich das Modell wieder anfassen kann, um dann die zweite Tarnfarbe aufzutragen. Die erste Tarnfarbe ist jetzt soweit getrocknet. Ich hatte natürlich nur diese Seitendarstellung von dem Fahrzeug als Vorlage. Das muss ich dann natürlich frei interpretieren. Aber ich glaube, ich habe einigermaßen den Gedanken dieses Tarnbusters eingefangen und wiedergegeben. Womit ich nicht ganz zufrieden bin, das sind diese ganz feinen Zipfel, so wie hier. Da waren in dem Farbprofil von Oliver doch deutlich mehr zu sehen, aber das geht schon in Ordnung, glaube ich. Da hätte ich vielleicht einen noch feineren Pinsel nehmen sollen. Aber so entscheidend ist das jetzt auch nicht. Der Gesamteindruck ist ganz okay. Dann machen wir jetzt mit dem Braun weiter. Da nehme ich XF10. Das übliche Spiel, schütteln, rühren, Konsistenz prüfen. Das sieht super aus. Was man muss auch machen kann nach dem Schütteln, hat man hier einiges an Farbe im Deckel. Das benutze ich immer ganz gerne als erstes, weil das ist von der Konsistenz her meist sogar noch am besten. Und vor allem das vertrocknet natürlich auch am schnellsten. Hier diese riesen Farbmenge, die trocknet einem nicht so schnell ein. Das hier am Deckel trocknet aber schon ein, je nachdem wie lange die Bemalung dauert. Und auf die Art und Weise verschwendet man das nicht. Gut, das Schema ist genauso wie bei der ersten Tarnfarbe. Ich nehme den 0er Pinsel, leg mir meine Vorlage zurecht und trage die zweite Tarnfarbe auf. Dann zeige ich euch gleich das Endergebnis. So, beide Tarnfarben sind jetzt aufgetragen. Ich finde der Gesamteindruck ist recht gut. Man erkennt schon relativ deutlich das Farbprofil, auf dem das Ganze basiert, wieder, finde ich. Bei dem Dunkelbraun habe ich jetzt ein bisschen weniger benutzt als bei dem Sand. Und insgesamt habe ich versucht ungefähr 50% der Fläche noch grün aussehen zu lassen. Das waren so die Vorschriften, glaube ich, die die Rote Armee damals tatsächlich auch hatte zur Bemalung ihrer Panzer. Im nächsten Tutorial geht es dann mit den Ketten weiter. Die habe ich jetzt hier schon nebenbei gemacht. Kann ich euch hier schon mal einen Teaser zeigen. Oh, die Ketten. Ja, also da habe ich die Trocknungszeiten für ausgenutzt, das bietet sich immer an. Ja, das war es soweit zu Grundierung bzw. Grundfarbe und Tarnmuster. Das fasse ich als eins zusammen, weil alle Alterungsschritte, die jetzt folgen, müssen bei einem Fahrzeug mit Tarnmuster auf beidem aufgebracht werden. Also auf der Grundfarbe und den Tarnfarben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Kommentare, nutzt die Kommentarfunktion. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Passt auf euch auf Leute und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.